ja und willkommen mein name ist an die röpe und ich bin mario master und wir begrüßen euch zurück zur heft wir wollten eigentlich vor der insel starten aber irgendwie ist es nicht so gekommen was hätten wir die die neiste nummer bekommen nummer ja wir sind bei tag 68 68 irgendwie tut es da nichts damit komme ich weiter was er ist hier so still gerade wochen irgendwie so so eine art motor ja ich hoffe das ist wirklich ein ding ich glaube allerdings nicht ich glaube aber wenn wenn der motor ins wasser fährt ich glaube dann ist sowieso vorbei ja wir müssen uns irgendwie ablenken ich tue die ganze zeit ja total erz hier noch einpacken ich mache ich mache gerade smoothies jetzt weil ich zu faul bin wasser zu trinken pick up smoothie einfache smoothie dann hier siehst du wir haben smoothie und du nicht ich habe jetzt machen machen wir nicht dass du die gemüsesuppe gesoffen hast über was könnte man reden ja ich weiß es muss da nero wusstest du schon das buch und mystery dungeon jetzt auch für die tenderswitch online da ist nein dann weiß es jetzt nicht so ein großer fan von den spielen wenn ich ganz ehrlich bin schade eigentlich der doof der doof ist wissen meinen themen wirst du noch ein partner pokémon sein ich habe den ersten teil davon gespielt etwas ja der erste zeit ist auch ist auch erschienen tatsächlich das war der erste teil ich sehe hinten noch eine insel wie gesagt team rot ist jetzt ist jetzt für nintendo switch online verfügbar eigentlich schon seit vorgestern kann man mal spielen kann man ja mal machen ja kann es ja machen und darüber auch in einem video machen und einer nein klingt nur noch arbeiten ja weiter weil er doch hier ein damit kann hat was er sich mal bewegen nein wir sind jetzt also ich weiß da ich habe doch gerade hier noch eine kleine insel gesehen wo wir ihnen so jetzt verschwinden ich weiß es nicht aber wir steuern noch eine kleine insel zu gehen und die ganze zeit auf die andere die große warum geht man nicht mehr an ich weiß es nicht was nicht drehen wir das segel um wir fahren jetzt auf die kleine insel so langweilig dass er sowieso nichts ist mir egal lud ist lud aber auf die große insel du bist und du bist unabstehlich wenn du nicht das kriegst was du willst was er sich mal bewegen würde ich muss ja gar nichts mal ich war von grad sagen deswegen hoffe ich jetzt einfach mal dass wir auf die kleine insel dazu steuern ja aber jetzt gibt es da nichts besonderes vielleicht gibt es da und ja metallerze wandert für riesige schatten formation das geht ja so was geht bambi ich stehe nicht was der los ist dann gehen wir nicht ein ja aber hey kann man da wir bewegen uns ja wirklich vorwärts wieso bewegen wir uns weil du hat sie geändert hast deswegen ja natürlich weil ich das segel geändert habe wir haben uns noch vorhin gar nicht bewegt er bewegt sich doch auch wieder ich lichte einfach den anker man ist unaufstehlich nicht was meinst du mit dir bei der leise beteil als meine ich ja war sogar so insel erkunden da kommt der hei der hei der heißt heiner ganz schön viel metallerz war schon wieder vier stück wo man so viel auf einmal wir sollten froh sein und vor allen dingen hier gibt es hier geht es hier gibt es ein paar bäume und das bedeuten wollen ja du kommst klar da unten ja noch einmal angeknabbert muss einmal angeknuspert aber in meiner axt nein sagt er jemanden sagt ja meine axt ist kaputt ich habe sie kann ich habe axt kaputt gemacht er so viel kunststoff im wasser ja nimm es mit ich muss eine axt machen ich brauche steine hier stein 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 axt hey hey let's get back to the island und ins kühle nass ja es ist so kalt es ist so nass aber und und dann da gibt es hier gut da ist jetzt nicht bei mir die tonne ich da draußen sind hier der gruppe erst als kumpel herzene ton ist aber haben sie haben sie was gegen meine familie oder sind da etwas sehr ungeheuer und noch mehr weiter jetzt aber okay ich komme nach oben ich bin was tot ja 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 gehen wir aufs klose oder gehen auf die inseln ein paar blumen mit hier noch ich sehe sie gerade ich verliebe ich gerade wirklich viel weniger luft doch weil ich die sauerstoffflasche habe na okay blaue blume blaue blume blau 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 aber der heikert mann unserem fluss hat sich von hier aus schon was so ich habe alle stellen wieder repariert so ich war mal ein bisschen ton ja ja fahr mal ein bisschen ton oder den richtigen ton angeben können was hat der steine steine c trage ich muss ich muss tatsächlich mal einen neuen metall sperr machen das heißt ich muss leider leider ein paar metall baren nehmen dafür haben wir jetzt mehr als genug ja ja seite und nicht nur von dem politischen plan na seile und flanken so metall schwer oh mein gott schreckt er schreckt mich doch nicht so ich bin sensibel ja nur ein typ mit einem komischen war zu schweigen auch genau das nicht mehr eingefallen warum ist das wort gerade nicht eingefallen hattest du gerade wortfindungs probleme hier ist es noch eine gemüsesuppe fertig dann trägt man noch über das heißt jetzt habe ich ganz leid gesorgt jetzt bin ich überall voll okay vielleicht könnte könnte ich noch ein bisschen hunger vertragen da ist ja noch was sehe ich da unten und da und unseren fangnetzen hier oh mein gott was was hier noch alles ist ja jetzt habe ich weggeguckt muss noch mal so wollen wir erst mal um unseren freund kümmern was können wir denn noch so bauen ich überlege gerade was könnte er noch nützlich sein ja oh mein gott ich sehe gerade wirklich wie lange meine luft zuvor einfach runter geht ich habe den ein getötet ich meine wiese machen aber mal nur zwei schmutz ja die brauchen wir auch für die tiere irgendwann bauen wir sowieso ja ich weiß was mit dem schmutz hier zu tun 12 wiese ok dann packe ich die mal nehmen unseren blumen und wie wir da auch nichts mit dem bienen hier habe ich so gefühle irgendwie nicht nicht das kommt vielleicht alles noch später so mache ich jetzt hier auch frisches wasser so haben wir hier ressourcen die einfach mal unter unserem floss sind okay ich habe jetzt gegossen ich weiß nicht das schon reicht die mogelscheuche springt klar wiese heute haben wir denn hier noch nicht pernglas leere wasser obwohl die flaschen die da brauchen wir noch kunststoff und diese blubber dinge haben wir auch mehr als genutzt ja die glibber teile machen wir uns mal daran holz und glas seien kunststoff haben wir zwölf kunststoff so ist es gerade echt so entspannt hier hat er hier rum zu schwimmen weißt du das geht irgendwann kaputt die sauerstoffflasche ja und die begrenzung ich gehe da jetzt runter ich will ich warte moment warte ich muss noch mal eben einmal auftauchen und vor allem stein ich will wissen wie tief das jetzt darunter geht und hat im dunkeln stimmt es ist keine gute idee dass lieber schlafen gehen vor allem da hatte ich noch ein bisschen ernten hier ein bisschen zeuglos werden ich habe noch einen weiteren heikopfen und wir haben schon zehn heiköpfe da drin ja wir haben auch zehn getötet ich habe aber das achievement schon davor bekommen ich habe ja auch als ich den neunten heiköpfe da habe also der warte moment weil er weiß woran das liegt wieso wir haben ja ein hei ja als die kuration da zeigen ja 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 ich sehe noch ein bisschen kupfererz seile haben wir noch was für die seile wir haben keinen platz mehr für seile man nutzt sie für irgendwas kann ich habe keine ahnung ich mache immer erst mal ihr fleisch mal fleisch mal fleisch ich mal fleisch ich glaube dass ich die riesenmuschel wegschmeiße und die mango futter ich jetzt damit seien wir machen teppiche kann man herstellen beim blätter und seile palmblätter und seile bis dann teppich machen weil ich werde jetzt meine beiden seile wenn ich wegschmeißen schwarze farbe wie tut man in dieser herstellen ich weiß es nicht eigentlich braucht man das ja für die blumen also die blumen saison hat dafür für dass wir aber wie tut man die farbe erstellen das ist das weiß ich ja nicht wenn wir zum beispiel ein federkeil da braucht schwarze farbe die fehler ist so weich so weich aber wie macht man das weiß ich nicht kann man weg von der insel ja 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 fahr ruhig wenn ich mal wieder so einen grünen punkte ansteuern versuchen anzustellen ja steuern mal so einen grünen punkt an dass das segel schon gedreht drehen wir noch mal auf die große insel zurück wir gehen von weg 116 515 515 515 jetzt 514 ich habe das gefühl hat den funktioniert nicht richtig wir bewegen uns doch wie kann man wie kann es dann sein da bin ich vorankommen verarbeitet hat man löstigen ich weiß es nicht man macht aber auch keinen sinn wie das ding funktionieren auch ein fleisch ist fertig durch mal in die essenskiste rein die ganzen früchte sind wir sind doch in die richtung da war doch nicht egal wo ich hingehe ich entferne mich davon und da macht doch gar keinen sinn ich verstehe es doch nicht das macht keinen sinn es ist ein turnier hoch das muss mir mal jemand in den kommentaren erklären weil ich verstehe das nicht egal wo ich hingehe wir entfernen uns davon hat keiner kann auch gar nicht sein ich sehe da was ich sehe dann flos ich gehe schon darauf hin er hat es nicht gesehen meine kiste ich sehe wie wir anzieht gerade da war noch einmal kunststoff drin ich dachte ich hätte jetzt das ultimative plastik genauso aus wie eine richtige schatzkiste wir müssen wieder ganz schwitzt willst du das den lot einsammeln auf dem flos ich mache unser gras ist gewachsen ich werde das gas anfassen touch touch zum gras warte moment dass das kann ich machen warte moment was irgendwie was herstellen irgendwie war was so schnell geht ich muss irgendwie was herstellen daneben warum sagst du mir nichts wo sie kiste da oben drauf ist eine vorsichter sei damit da holz und planken stein mit metall herz ja nicht nicht nur nicht dass du mir hier verloren gehst ist damit das weiß ja okay ich sehe der dsa und der dragon ist das wochen muss 20 ich habe was glaube ich habe die lösung ich habe eine halbe angeklammerte melone wieder eingepackt ins lager net okay pass mal auf guck mal was ich hier habe ein pinsel ein pinsel es war eine farbe hat mal v auch einseitiges mal umstellen rechte maus das sind wir mehr ersetzen durch massiv holz so farbe nämlich an ich habe farbe dass sie bekommen wenn ich das wüsste warte mal warte mal ich habe die farbe nicht aber aber es ist jetzt mal ein pinsel an naja da sind pinsel mit dingens fehler und da knabbert wieder unser bei mir hat denkt er immer noch bei mir nicht dann lote ich kann ja nicht lohnen ist das fast einsammeln und den kunststoff und dann wäre ich nicht angeknabbert ich habe ihn erledigt also luden meine ich stück nein wir werden steuern die ganze zeit auf applaus zu ist jetzt steuern wir die ganze zeit auch zu ich frage ich war nur darauf bisher irgendwie aus irgendeinem grund hier wir uns davon entfernen wo wir die ganze zeit genau da los drauf steuern ja so viel metall wo sind die fässer ja voll ich meine ich würde halt gerne wissen wie kann man halt die farben herstellen naja ich werde mal eben die welt speichern wieder holz und so als hier einlager mein gott haben wir alles noch ein paar palmsamen einlagern steine einlagern ja wo kann man die polzen nennen malerei sehr dekorativ wird zusammen mit einem mit dem pinsel verwendet jetzt habe ich jetzt verstanden wir brauchen eine farbenmühle wird benutzt um blumen in farbe zu verwandeln arbeitet mit wasserenergie und wir kriegen wir die und sagen wir brauchen warte ich kann eine bauen das ist kein problem nehm also so dann brauche ich noch schrott und ich brauche planen da oben hatte man also sie gesehen farben ja schrott seilsteine haben wir alles genug ja ich baue sie mal eben habe sie gebaut wollte man eben den neben pflanzen die irgendwo oder hier neben die wiese ja warte ich stelle die mal hier neben die wiese hin ich kann sie hier gar nicht hinstellen mir so zu breit naja nicht oh mein gott wer war nur was macht ach so ach natürlich nee das muss muss im wasser stehen das arbeitet mit wasserenergie weil keine hat nicht einfach weg futtern dann keine ahnung was mal ich stelle sie mal hierhin jetzt bitte bitte ein paar blumen ich habe gerade schwarz eine schwarze blumen reingetan jetzt jetzt können wir streichen ja wenn ich aber nutzen für die blumen ja jetzt wir haben einen nutzen und ich habe es herausgefunden dann solltest du dir auch mal jetzt auch mal so so langsamer sich ein pinsel erstellen verwandelt dein schloss in ein buntes zu hause federplanke sei aber jetzt genug ja also federn haben haben wir wirklich noch genug ja dann nehme ich mal kurz hier welche ich glaube da scheint was fähig zu sein schwarze farbe aufnehmen ich nehme sie mal mit ich habe 24 schwarze farbe da nehme ich jetzt mal die blauen blumen ich nehme die blauen blumen und die schmeiße ich jetzt da rein wir haben farbe entdeckt ja das ist vorbei ja warte mal da wäre ich jetzt mal eben die schwarze wackel hier pass mal auf ich mache jetzt schwarze tür soll ich mal schwarze türen machen machen mal schwarze türen irgendwann mal immer muss ich die türe schließen und jetzt mache ich schwarze wackel so was war hier immer da ich habe schwarze wackel als der schwarze war dunkel ist das schwarze wackel wir haben was entdeckt jetzt brauchen aber weiß was was wir jetzt leider auch wieder brauchen nice wir brauchen ein lager für die farbe ja kein problem junge an mir vorbei wenn er sagen sagen dann keine sorge in einem kisten sind genug blumen schon und sich damit den ja aber ich aber ich will möchte gern die blaue fahrzeuge dass das zuhause etwas blauer machen weil wir müssen wir müssen eine ausgebung der ballon grün und blau haben das ist nicht von unseren blumen fahrzeuge entdeckt was sie dich an ja fast jetzt hast du mich an auch hier sind wahrscheinlich nicht mehr so also pro pro platte braucht man auf jeden fall sechs mal farbe halt es sei selber machen man kann es aber auch hier sekundär einstellen wie du es möchtest man kann also auch noch eine sekundäre farbe dazu wählen ok kannst du halt alles mit der rechten maustaste machen blaue farbe ist fertig was ist das sei mal am fliegen da fliegt ein vogel rum meiner daumen also mal schlafen gehen damit wir besser sehen ich muss ja erstmal die hier die ganze farbe einsammeln was ist das ich weiß es nicht ich muss aber streichen dann spürst du auch gerade so den drang zum malen stimmt da ist wirklich was das sieht wirklich noch was aus mal schlafen gehen oh mein gott ich könnte so sogar meine hängematte bemalen also warte mal warte mal es hat irgendwie wir haben sich kontakt so ich habe jetzt mal meine hängematte bemalte ich weiß nicht wie man die dinger nennt wo man irgendwie so im wasseröl abbaut irgendwie ich glaube eins von diesem ding an ist hat so eine bohrinsel ja ja oh mein gott das könnte wirklich eine bohrinsel sein ja aber ich aber oh mein gott ich habe gerade gar nicht gemerkt dass ich schon ab verhungern bin und am verdursten alter aber es gibt keine grüne farbe das sieht aber für das sieht wirklich aus wie die bohrinsel und ich weiß ich sage doch die blauen dinger ich glaube da das hat die die farbe wirklich mischen muss ja so ehrlich kann man ja ja also würde ich jetzt immer mal so sagen also ja aber welchen benutzer konnte man irgendwie fahren will aber wie gesagt wir steuern genau drauf zu steuern ja ich habe hier oben ein bisschen gestrichen hier ist frisch hier ist frisch gestrichen frisches blau ich wollte gerade noch mal ein stochern man hat nicht so funktioniert wie ich das wollte noch mal moment nach wo 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 ist mein bogen du mischstück warte mal ich lichte mal den anker jetzt noch nicht will da habe ich jetzt mal mal getan damit wir uns das mal ansehen können sie dir das andere so weit weg ein bisschen näher an natürlich aber wir müssen wir müssten das segel noch mal neu ausrichten er hat ja in sich kontakt ich glaube ich habe jetzt aus den augen verlieren wir haben sich kontakt hat das das verlieren wir nicht aus den augen erst mal hier alles vor machen ja auch schon grad vor ja und ich bin ich muss was essen und größer sein dieses ding sieht lustig aus warum ist sie warum ist sie so klein genau also wir brauchen auf jeden fall noch noch ein lager für halt für die samen und man und halt auch noch für die farbe wir sagen mal mann lager ja ja direkt neben dem blumenlager in den blumenlager ja ja eins ist mit samen 1 mit blumen das ist ja wunderbar das ist ja wunderbar so und daneben ist bestimmt die farbe warte 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 ich kann da auch noch eben wenn man lager herstellen das ist kein problem ich brauche noch einmal schrott und bohnung seile man hat bänger vogel daher jetzt wie jetzt fangen die vögel nicht nicht mehr an hier nur unsere ernte zu fressen jetzt fangen wir auch an unsere farbe zu fressen schrottschrott schrottschrott das stein 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 nicht nicht dann so ich habe noch ein lager erstellt das werde ich jetzt mal eben platzieren so kann der gleichen aber letztendlich mal anders eingepackt stehe ich einfach mal neben die wiese ich glaube ich sollte mal einen neuen haken erstellen so ich habe jetzt hier neben der wiese so klar mein gott unser eisenherz und metall jetzt auch schon voll geschmolzen weiter darin dann ja hast du siegel umgestellt ist schon die ganze boden ganz bodenblauen blau gemalt und meine und natürlich hier meine probleme von sich bewegen wir müssen wir müssen uns ein roder herstellen planke kunststoff zeil ich behalte diese insel hier im auge schon irgendwo nein 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 bitte nicht bin ich bin ich auch mein gott schneller daniro schneller ja ich mache ja schon wer das nichts geiles drin ja du hast es gleich geschafft habt ihr ich spore nicht noch an das war auch bei mir so bei mir hat es auch gerade ganz kurz gestoppt so wird aber kein vorweg besorgt sein der uns hier angreifen wir zu nahe gehen oder hier ist nichts ich meine das hier ist einfach so dass eine kleine bohr mit eier mit aus welchen dinge warte mal sind wir da ich lichte ich werfe den anker okay mach du na dann let's go erstmal erkunden hier geht es ja unter wasser noch weiter okay hier oben um kann man eine hohe jump runner hey hier ist die kiste let's go hier war eine riesen kiste drin ja wer ist auch nichts schon hingehen warum kann ich den spiel nicht mitnehmen schrott aufnehmen wir sagen was gerade zeugs weil ich weiß mit agatio bruce warte bonnet oder hey hier 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 sind bauplan ich nehme ihn mit sternlampe noch was ein hinweis neue notiz hinzugefügt hat so eine gute idee weil hier oben zu schwimmen unter wasser aber auch auch wenn ich den eingang gefunden will also hier gab es auf jeden fall hinweis ja also hat hat es irgendwie die story vorangetrieben und hey have no idea ich wusste gleich das spiel ob eine story hat sind voll viele fische war also höher geht es ja auch nicht zumindest komme ich nicht höher ich bin ja ganz ans gebäude kannst du das ja so ein bisschen aber ich sehe mich hier immer weiter hier oben bin ich irgendwo noch was ich finde der war schrott und so sehr cool jetzt habe ich auch zwei große kisten gefunden und bauplan schanier mit halbarem agatio bruce eigentlich müsstest du ja ja eigentlich müsstest du ja heruntergehen mit einer sauerstoffflasse hier geht es schwer wieder hoch zu kommen hier drunter irgendwie nicht zu sein die nummer wird eine sauerflasche doch ich bin doch schon runden kann ich mal oben gucken warum wirst du jetzt nichts mehr finden da habe ich alles abgeheirrt habe ich schon alles gefunden kardashark neben dem bruch kann man nun mal rotizen hier ist noch was sagt in tasche auch wenn sogar zwei geist wir sagen wenn aufgetaucht zwölfter bezember radio tower ja wer mir so muss nur eine kiste nämlich mit ich habe ein rezept für eine rote melone ich bin ich glaube ich bin bin gerade ziemlich trägt ja muss ja wieder nach oben kommen ich meine ich bin deswegen trägt war weil hier bei mir ein haie ist bruce aber dann erfindet nemo anspielung ich weiß nicht vielleicht noch mal dahinten bonnet oder blues wo sei schon aus irgendwie scheint hier nichts weiter zu sein wir sind telefon kann ich nicht benutzen wir sind nach hause telefonieren oder was ja moment mal bist doch zu hause ich bin auch zu hause wo muss ich überhaupt lang und wo ist überhaupt das bloß das bloß und da ist bruce so ist es der vor den sport wenn man da oben hin aber hier kommt man da oben hin ich habe keine ahnung wo die gesäure wegen blues so ist es der vor den sport also schon da ganz oben wo die antenne ist da da komme ich nicht hin es regnet let's go nein kommt fast da habe ich kann rennen wenn ich schiff gedrückt hatte aber fuck einigen einigen spielen klappt hat nämlich nicht was macht hier ein rezept für die rote melone und ein bauplan für die stirnlampe ich bin ich eigentlich nicht hier warte mal erst mal wer will ich immer dieses rezept hier auflegen bin ich ja gerade hoch gegangen aber ich bin ja auf die klappt hat die türklinke einfach ich mich hier hoch glitschen aber jetzt habe ich bin anfang du hast gleich wenn so gut wie oben kommen wir zurück alter ich bin ja gleich fertig da ich bin ich bin auch verdursten sie ich da und jetzt ok ich bin ja ganz so steckst du wo steckst du hinweis neue notiz zu gefüllt echt ja ich komme gleich nicht mehr zum rennen wahrscheinlich weil ich gleich am verdursten bin verdammt verdammt die gemüsesuppe auch was zu trinken ich glaube ja ne 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 kann in der forschungs der forschungstabelle erlernt werden verdursten ist klar ok lernen ja so jetzt können wir uns eine stirnlampe machen wie sagt ihr alles ist der utopia ist der in topia recycler kombiniert grundlegende ressourcen zur handelsposten währung was was moment mal hallöchen hier ist jemand hallo hallo ja ich sehe wie ich bin wirklich lange geschichte wissen du bist du bist du ganz oben ich bin ganz oben wir sind in die lauter neuspielbar charakter tala dann ist sie einfach verschwunden naja gut okay dass das macht ja sinn okay dann ist sie wieder auf tor ist noch etwas genau gleich okay also irgendwie neun okay ja ich habe ich habe neun spielbank da bekommen ja wird und tala ja ich werde wahrscheinlich jetzt herunter springen weil ich haben verdursten binden ja ich mache mal mach für dich den smoothies ich hoffe da war alles hier war auch okay ihr scheiß headbanger vögel ein moment smoothie ist gleich fertig es ist schon geschehen so smoothies im bisschen mache wir machen wir können recycler erstellen das ist das ist super finden wir den hier macht man hat weiß ich nicht aber da ist die stirnlampe da kann man da hier stehen dann können wir es auch machen nützlich bei der erkundung dunkler orte hat aber muss man auch mit den dingen machen muss man hier am forschungstisch oder so dran packen ja ja ich glaube mir mal hier der recycler können wir lernen so jetzt können wir es machen machen ich nehme den mal sehen da recycler dann braucht dafür kunststoffen metall bachen bolzen und scharnier und eine leiterplatte außerdem können sie den also ich könnte sogar den recycler herstellen du musst mich gleich mal kurz aufheben weil ich bin leicht tot aber wo bist du bist du auf dem flot wir haben verdurften gewesen und ich rette dich ach komm ich lege dich sogar in mein bett doch wie schön ich lege dich sogar ins blaue bett und bei dir der nero ja übrigens holdemann holte man trinkt nach so raus und dann kannst du den smoothie kannst jetzt muss ich gönnen handelsposten währung ja das sind sie ein binger ja diese shops übergesehen haben die ich werde jetzt mal alles mal machen für für so eine leiterplanke was braucht man aber für eine leiterplanke ist unter wasser noch irgendwie was cool ist nicht aufgestanden wir sind schöne fische mit denen ich interagieren sind so ganz schön ganze fisch waren sind hier aua war dann gehe ich eben wieder auch leck mich gehe am besten einfach ich glaube ich glaube ich bin nicht mehr tot nein ich bin genau vom fluss gar bist du bist du auf dem fluss bleib auf dem fluss geht es noch da oben hin und erholst dich erst machen erholt dich jetzt erst machen und ich wollte mir hier mir noch vom fleisch fällst jetzt so moment mal ich komme jetzt erst mal hier um den recycler macht ja das mache ich jetzt auch ich habe ihn ich habe den recycler ausgerechnet ich setze ihn hier mal in unseren lager da haben wir ihn okay ein blatt platzieren kann man einfach wortwörtlich alles reinpacken wenn ich brauchen zum papa blätter eingefallen wieso resources raw materials ich tue mal ich werde ich habe mal alle alle palmblätter und ich werde mal die ganzen fehlern mal ein paar batterie machen wir dafür sehe ich gerade batterie gut dass wir eine haben wir haben doch welche mal platz ok glaube das teils noch nicht fertig noch ist noch mehr sachen reinpacken ja da was da und daraus dann entsteht ja ich da mal diese währung die war für diese shops diese außenpästen brauchen die man gegen zeugs eintauschen können ja weil ich tue mal wieder die zum glas hier rein und den glibber den ich habe noch habe ich lieber da drin so radiotal leute 6543 ok aber warte mal warum man da nicht für 6543 kann man nicht irgendwie bei den dingen eingeben ich habe keine ahnung 6543 weil man kann ja so eine nummer eingeben bei dem dingen schrott plötzlich oh mein gott es funktioniert ok er hat jetzt andere blau markiert glaube ich so warte moment ich nehme mir erst mal wieder diese federn hier nehme ich an siehe es funktioniert sie ist dir an an haha wieso eine zeitungspresse wagen wir mal was passt darum was da wohl wohl entsteht ja da kann man ja wieder weg gerne machen ich will ich werde mal hier ernten wir machen uns mal zu einem anderen blauen dinge hin würde ich sagen ja gut ich habe den nummer eingegeben 6543 ich nehme an also wichtig meinst du das ist wichtig tata tata habe dich zwar nie gesehen aber tschüss tata kann sie sehen weil ich spiele auswahl soll ich mit meinem bauplan einfach ins lager ein wo sind eigentlich die antennen haben wir auch mal baupläne gehabt die sind auch in der großen in der groß unter dem haikop das ganze zeitungen erstellen ist es fertig müllwürfel aufnehmen ja die wollen wir ja für links ja ich lasse bekommen einen da allerdings noch am laufen ja ich glaube das ding ist noch am laufen ist nur vogel damit ich kann gerade nicht sondern kann man da reinpacken ein paar seien ja mal reinpacken ein 2345 macht nur zehn da oder sieht man auch wie voll das ding dann ist ja immer da rein tut dann geht das ein höher ein bisschen und praktisch mal ein paar sachen ja da können wir fehler rein tun zu bädern palmblätter eine reine 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 apropos federn ich habe ja welche mal platz georg diese mannach da rein tust dann wieder ein ganz klein bisschen höher ok cool haben wir zeugs aus und wenn er auf tdruck sagen wir haben ja genau anschauen ja jetzt haben wir jetzt haben wir neues zeug rausgefunden 06 4 9 ja wo sie wissen wo genau wir sind woher soll ich das wissen wir die im bischen schiffskapitän oder was hat das jetzt gerade wirklich gesagt ja ich gucke gerade bei notizen ich glaube ich kann die aktivieren ok wie konnte man immer die notiz öffnen hier die bergten sehen könnte und sagen zu den endgarten und jetzt an uns spazer denkt euch ich kann ich kann halt gar nicht hier da ok radio tower doch leute nummer 6543 ja das habe ich bei dem ding da oben eingegeben weiß nicht ob der band bringt ich glaube ich steuern ist auch zu weil ich versuche jedenfalls auf ihn zu steuern und dann finden wir leute müllwürfel hat man erforschen was kann man den erforschen dem versucht ja geht nicht geht nicht schade packte man ja nie in die ganz große kiste am besten ja nicht mal so ein handelsposten sehen da können wir ja ausgeben nehmen schon das ist wahr ich tue mal hier in die große kiste wo auch die v player drin sind da kommen jetzt die müllwürfel rein ich muss auch mal ja anfangen ja zu malen natürlich alle 24 mal weiß farbe nein aber ich denke denke mal wenn du halt so deine farben so mischt mich dann kriegst du auch eine grüne farbe zusammen musste mal ausprobieren blau und gelb und jetzt wo ich das mal zu trinken ja ich brauche was zu essen weil wir auch machen müssen ist ein paar bänden oh ja es ist wirklich schon so weit oben ja ein schnitt zwei minuten ja gut da haben heute viel erreicht würde ich sagen wir haben ja was neues erreicht neuen charakter freigeschaltet ja wir haben charakter vorgeschaltet und wir haben eine bohrinsel gefunden und wir haben gelernt wie man malt ja auch was so gut und ein bisschen insel eine kleinere kleinere insel vorsicht wir sehen uns an der folge wir können ja schon aufstehen steuern ja sehen wir uns steuern wir auf screen hin dann tschüss bis zur nächsten folge ja tschau tschau nein